Wir hatten sie auch gerade von Russland, deswegen komme ich jetzt mal zu Thüringen. Osten ist Osten. Ich habe jetzt übrigens eine Beruhigungsübung gemacht. Ich werde jetzt weniger schreien, wenn es um Verschwörungstheoretiker geht, weil ich bin jetzt in zwei solchen Widerstand-2020-Gruppen auf Telegram drin, um mich so ein bisschen abzutrainieren. Und wenn ich das jeden Tag so ein bisschen lese, versuche da so mich zu entspannen, das zu lesen, nicht so an mich ranzulassen, werde ich irgendwann schaffen, dass ich ja nicht jedes Mal ausraste. Du hättest es jetzt so schön drehen können, dass du jetzt einer von denen bist, weißt du? Ach so, ich bin jetzt einer von denen. Der Bill Gates, ne, der hat mein Windows, hat er sich hier rein, Corona hat er da gemacht. Oh ey, der Bill Gates will nicht, dass ich mein Windows aktiviere. Die Server sind down, steht da immer da. Ja, wir sind übrigens brenn.internet. Hallo, Tino ist auch da. Tino ist heute auch mal im Brennpunkt, krass. Hallo. Hallo Tino, ne? Ja, ich habe festgestellt letztens, ich bin die einzige Person, die in jedem Brennpunkt zu hören war. Oh, nice, stimmt. Hast das ganze Ding hier unterwandert, du asoziales Schwein. Aber Tino, sag doch mal. Ich bin quasi der Alan Harper, wie bei Two and a Half Men. Da war ja auch der Alan Harper der Einzige, der in allen Folgen vorgekommen ist. Das ist eine der schlechtesten Figuren, wenn ihr mich fragt, aber Herr Rodes wird mich garantiert nicht fragen. Nein, das ist großartig. Ich frage dich nicht, ich finde Alan Harper hervorragend. Echt, kennst du den? Ich auch. Alan Harper ist eine richtig gute Figur. Aber ich wollte eher mal fragen, Tino, warst du schon mal in dem Padumcast? Weiß ich gar nicht. Ich weiß es auch nicht. Weil das ist ja, was einen auszeichnet. Und da, finde ich, performst du wieder schlecht an der Front. Das stimmt. So, das war jetzt der Cold Opener. Jetzt sind wir immer noch Brennpunkt Internet und wir fassen mal die letzte Woche zusammen. Aber wir haben ja eh keine Radiohörer mehr. Das heißt, keiner ist mehr so verkalkt und rafft nicht, was wir hier tun. Hallo und herzlich willkommen. Ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Herr Rodesbrich. Ich wollte noch eine Frage stellen. Und zwar gehe ich richtig in der Anhörung, sagen wir, dass wir jetzt schon bei Folge 69,5 sind. Richtig, Herr Rodes. Sehr gut. Tino, weißt du das auch? Ist das die 70. heute? Es wäre die 70. Aber ist sie nicht. Denn die 70. wollen wir ja. Und jetzt kommt's live machen. Geheimes machen, das sagen wir aber noch nicht. Das habe ich ganz vergessen tatsächlich. Ne, wir bedachten ja alle, dass letzte Folge die 68. war. Aber nein. Ja, dachte ich auch, ja. So. Und deswegen würde ich sagen, wir kündigen hier an, wie passt es euch denn am besten? Wollen wir die am Samstag machen oder irgendwie Freitag, Freitagabend, irgendwie sowas? Lass uns das bitte auf Mike klären. Toll. Aber wir wollen es doch ankündigen, dass die Leute vielleicht auch, wenn sie Lust haben, einschalten können. Ja, das krieg ich mal hin. Schneid's hier rein, aber wir können ja ab... Okay, ich schneid's jetzt hier rein. Bip. Also Leute, jetzt haben wir abgesprochen. Acht Uhr am Samstag. Live. Brennpunkt. Internet. Auf meinem Twitch-Kanal. Robin-Nosterafu. 20 Uhr am Samstag. Bip. Okay, das war auf jeden Fall das reingeschnittene. Geil. Und jetzt kommt der Brennpunkt. Nice. Brennpunkt, richtig gutes Stichwort, Alter, ne? Brennpunkt ist ein so gutes Stichwort. Leute, es kommen Hörerwünsche wieder auf euch zu. Vielen Dank fürs Kaufen. 20 Euro. Ganz tolle Themen. Ganz tolle Themen. Tino muss sich dafür vielleicht ein bisschen mit Popkultur auseinandersetzen und das hasst der Mann. Ich hasse es. Wie die Pöst. Aber Popkultur ist wieder ein gutes Stichwort. Ich würde sagen, heute wandern wir mal ein bisschen weg von den üblichen Themen. Der Trump und hier Corona und wie das alles heißt. Das können wir heute echt mal ein bisschen hinten anstellen, wenn ihr mich fragt. Wir haben nämlich so viele geile Bravo-Themen heute. Hammer. Also ich zumindest. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch so aussieht. Das stimmt tatsächlich. Das stimmt. Allen voran. Ich habe auch wenig Corona-Themen tatsächlich. Ich habe auch wenig geschlafen und ich wollte noch zwei Fragen stellen. Passt es rein? Ich hätte noch eine Klarstellung. Das ist was she said. Wir könnten eventuell noch ganz kurz auf die Kommentare letzte Woche eingehen. Oh ja, da waren wir da sehr. Ach fuck, ja, stimmt. Das ist, Herr Rodas, du bist eine so große Bereicherung hier. Das stimmt, da waren nämlich sehr Gute dabei. Und es wurde heiß diskutiert. Man muss aber auch Hand aufs Herz, da waren auch sehr Schlechte dabei. In Merkel-Deutschland fehlt nämlich die Weiblichkeit in der Politik. Es tut mir leid, eine kleine Spitze. Aber ja, wir haben wirklich, das kann man so recht kritisieren, wir hatten keine weibliche Meinung das letzte Mal drin. Aber weil unsere weiblichen Zuhörer genauso klug sind, hätten die auch gesagt, das Video ist scheiße. Ich war auch voller Schrocken. Ich habe vor ein paar Tagen eine Sprachnachricht bekommen von Kalle, der mir so sagte, der letzte Brennpunkt, der ist übelst scheiße. Den müsst ihr unbedingt wünschen. Von wem jetzt? Das habe ich gerade nicht gehört. Von Kalle. Von Kalle? Okay. Und ich dachte, was? Und habe ihm dann geschrieben, meinst du den Sexismus-Podcast oder was ist los? Dein Sound kackt immer wieder ab. Ich kriege den Sound flüssig. Echt? Okay, dann liegt es so an dir. Dann liegt es an dir, Robin. Fuck. Aber als Auflösung, das war nur ein Spaß. Er musste wegen irgendeinem Trinkspiel oder so irgendjemand eine Sprachnachricht schicken und der liebe Jonas hat ihm das aufgetragen, um mir das zu sagen. Das ist aber witzig. Ich habe nichts gehört, aber das ist super witzig. Siehst du, das ist auch richtig witzig. Aber Herr Ruedes hört mich, ja? Ich höre dich nämlich wunderbar. Wir könnten den Robin einfach mal kicken, dafür wäre ich. Ist das okay? Ja. Holt euch stattdessen bitte eine Frau rein. Nee, aber das ist ja schon wieder völlig absurd. Warum hat denn jetzt, wenn Frauen und Männer doch gleichberechtigt sind, dann haben die doch auch gleich bemeinungt und im Allgemeinen. Und warum ist denn dann eine Frau-Meinung so anders als die von einem Mann, weißt du? Naja, weil die halt betroffen ist. Eine Frau weiß auch nicht, wie es ist, wenn der Hoden, sag mal, am Bein festklebt. Das ist nämlich viel unangenehmer, als ein Kind zu kriegen. Was noch schlimmer ist, nochmal zu dem Statement, 98 Prozent einer Frau, äh, Frau zu sein, also 98 Prozent einer Frau sind, sind los. Scheiße. Der Rest ist, äh, Schamdipp und Gebärtunnel, das ist sehr brauchbar, aber der Rest auf jeden Fall nicht. Gebärtunnel, Alter. Ich mir fällt gerade das Wort nicht ein. Ist auch egal. Ich will nur sagen, wer behauptet, dass es zu, zu... Hammers? Ja. Darf ich meinen, meinen Fruchtstab in deinen Gebärtunnel einführen? Oh ja, bitte, einmal. Der Fruchtstab, das gefällt mir. Okay. Genau, das gefällt mir so, vor allem, also zwei Sachen, jetzt, wo du das gerade sagst. Einmal, ungefragt eine Frau an den Hintern packen. Wann fragt dich eine Frau, kannst du mir bitte an den Hintern packen? So, Nummer zwei. Nein, du musst fragen, du musst fragen als Mann. Wer behauptet, dass es zu 98 Prozent scheiße ist, eine Frau zu sein, der hatte noch nie seinen rechten Hoden in der Bauchhöhle stecken und hat ihn nicht mehr herausbekommen, okay? Oh Gott, oh Gott, was? Die kann man so reindrücken, das kann manchmal passieren. Ih, Alter, sag nicht solche Dinge, das ist ja widerlich, was du mir erzählst. Hey, kennst du nicht Wanderhoden? Ja, bei Kälte. Ja, bei Kälte kann das passieren, tatsächlich. Ja, dass die sich zusammenziehen, aber dass die nach innen gehen? Kennst du nicht Wanderhoden? Du hattest das noch nie, Robin? Nee. Robin, Google Wanderhoden. Ja, nee, Alter, ich kotze. Ich dachte, das ist ganz normal, passiert manchmal scheiße, nicht, dass ich jetzt behindert bin. Nee, also ich kenn's auch nicht von mir, aber ich kenn's aus der Praxis von Leuten. So, also das ist passiert, dass die dann Angst haben, anrufen bei mir und dann fragen, oh Gott, äh, mein Hoden ist verschwunden und so. Oh Gott, Dr. Tino, mein Hoden ist weg, schnell. Ist so, und da sag ich dann immer, das kann passieren, wenn sich die Hoden zusammenziehen, dann können die halt verschwinden im Körper, aber die kommen wieder raus. Alter, ich kotze, was ist denn hier los? Also ich, ich hab schon von Wanderhoden an sich gehört, aber ich dachte nicht, dass das so ein, ich sag mal, häufiges Phänomen scheinbar ist. Äh, okay, dann, also, ähm, ich hab, aber, ich hab grad die ganze Zeit gesagt, ich. Das war ein Kumpel von mir, der das hatte. Ah, klar, ja. Hieß ja zufällig, ich? Nein, das war der Jens Bergner. Ach so, okay, kenn ich. Der bin ich auch immer, wenn ich illegal bin. Ich weiß. Nee, mal, egal. Ja. Okay, also das war unser kleiner Exkurs in die Welt der Hoden. Damit ihr nämlich auch mal wisst, liebe Frauen, auch wir haben's schwer. Nee, also ich, wie gesagt, ne, also es ist jetzt nicht so, dass es ein, ein Opferwettbewerb wie von beiden geht, schlechter wird. Mir geht's nur darum, dass die, die Zeitgenossin, die da sehr viel kommentiert hat, in den Kommentar die, ähm, Vorteile ihres Charakters nicht ganz, nicht ganz zur Schau gestellt hat. Ich wollte nur sagen, dass es jetzt sehr schade ist, wenn man über sie urteilen würde, wenn man sie noch nicht, wie sie geschrieben hat, face to face gesehen hat. Denn, ähm, da ist auf jeden Fall ein anderer Eindruck, äh, zu entnehmen. Ich hab überhaupt niemanden persönlich jetzt geurteilt. Das hast du jetzt hier reingebracht. Da waren ja auch andere. Nee, mir ging's nur darum, dass der Kommentar in meinen Augen sehr, sehr schlecht performt. Okay. Ja, also ich, ich hab ehrlich gesagt nicht diese ganze Diskussion durchgelesen. Das war mir dann zu anstrengend. Tut mir leid an dieser Stelle. Ich hab halt nur im Ersten gesehen, so, äh, dass irgendwie weibliche Politik fehlt. Und wir haben halt Angela Merkel an der Spitze. Und das war dann halt schon so ein bisschen, ja, ähm, aber es waren ja auch noch andere. Es ist schon, es ist schon, es ist schon was dran, es ist schon was dran, weil ja der Frauenanteil recht gering ist, auch wenn wir Merkel, auch wenn wir Merkel an der Spitze haben, aber der Anteil auch bei, das hab ich schon mal erzählt, in DAX-Unternehmen, in den Vorständen, sitzen mehr Menschen, sitzen mehr Menschen, die Thomas heißen, als Frauen. Das hatten wir doch aber auch schon. Wenn Frauen halt einfach eventuell weniger Bock auf solche Positionen haben, ist das eine ganz natürliche Sache auch. Da muss man nicht unbedingt sagen, das ist jetzt nur dessen geschuldet, dass der Mann eine Frau unterdrückt. Und guck doch mal, wie eine Alice Weidel oder sowas auch übelst krass mit in der Politik eine Rolle spielt. Also, klar ist es irgendwie die, eine Minderheit, aber vielleicht ist das ja auch dessen geschuldet, dass Frauen halt weniger Bock allgemein auf sowas haben. Ja, aber die kindheitliche Erziehung und Frauen und Prinzessinnen und Blark Hakes. Übrigens, ähm, Leon ist, hat Mimis Video veröffentlicht. Ja, vor allem du hast ja noch gesagt, lass auf die Kommentare eingehen vom letzten Mal. Nee, das können wir gerne machen, aber die Diskussion, die jetzt gerade entstehen wollte, die haben wir schon ein paar Mal gehabt. Hast du jetzt eigentlich das mit den Triangles schon klargestellt oder wie hat man das jetzt? Nee, stimmt die Triangles. Also, das ist nämlich ein bisschen fies. Warte ganz kurz. Tino, wir holen uns den Herodes hier rein, ne, als professionelle Gastrolle. Und dann musst du ja jede Woche hier irgendwas revidieren, was er sagt. Wenn ich jedes Mal den Kommentaren verbessere. Bitte? Nein, ja. Also, es ist jetzt schon das zweite Mal, ich glaube sogar in Folge so, dass ich etwas sage, was so ein bisschen technisch ist. Und das, was ich sage, ähm, so aus Informationen zusammengerührt ist, die ein Endergebnis erzeugen, das faktisch falsch ist. Das klingt ja wie eine Telegram-Gruppe, was du da beschreibst. Ja, und zwar habe ich von Bill Gates jetzt diesen Chip bekommen, seitdem mache ich alles richtig. Es ging um diese, ähm, äh, nicht Unity Engine, äh, Unreal Engine, richtig? Ja. Fünf. Genau. Wo es irgendwas mit Triangles, Triangles, Triangles und so, so many Triangles hieß. So, das war die ganze Information, die ich letzte Woche habe. Ich habe das Video nicht gesehen. Und da habe ich gesagt, öh, diese Engine ist total gut, weil die kann bestimmt voll viele Triangles rendern. So, da habe ich mir in meinem Kopf schon gedacht, hey, Moment, wie ist denn das eigentlich, wie soll denn das gehen? Also, nur durch eine Engine wird jetzt irgendwie nicht eine Grafikkarte schnell, ist aber auch egal. Ich wurde nämlich dann in den Kommentaren richtig gestellt. Also, zu meiner Verteidigung muss ich sagen, das mit den Sendemasten, ja, was ich da erzählt habe, da habe ich Infos falsch wiedergegeben. Das mit der Unreal Engine, da hatte ich nicht genug Infos. Okay. So, und habe mir irgendwas zusammengereimt. Es geht, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, in dieser Engine darum, dass man Assets, 3D-Assets, also halt so 3D-Modelle mit sehr, sehr, sehr vielen Triangles einfach reinladen kann und die werden dann trotzdem effizient und genau gerendert, wenngleich sie dann technisch gesehen nur so viele Triangles haben, wie nötig. Ist das nicht erstaunlich, Tino? Ja, verstehe ich. Okay. Ja, jetzt wissen alle Bescheid, also wir hier beim Rennpunkt. Jetzt hast du ganz viele Aussätze bei mir, Robin. Ja, bei mir auch. Ach, das ist doch albern, ich gehe mal näher ran und schreie ein wenig. Das ist Robins Schuld. Ja, wahrscheinlich, vielleicht macht Franz auch gerade Schabernack gegenüber. Also, es ist schon Internet, glaube ich. Ja. Okay, dann redet ihr halt. Aber auf mich abbelzen wollen, ja? Redet ihr halt. Hallo? Hi. Ja, wir waren bei Triangles und so. Ja, nee, ist immer durch. Leon Machère, Leon Machère. Hast du es mitbekommen, Tino? Natürlich nicht. Dumm. Ja, Leon Machère und Mimi hatten ja so eine kleine Auseinandersetzung. Und das ist jetzt in die nächste Runde gegangen. Mimi wollte sich nicht für eine Live-Diskussion anbieten. Stattdessen hat Leon jetzt ein Video rausgehauen. Unter anderem das alte Video, wo es darum geht mit dieser Speicherkarte. Hast du das mitbekommen, Tino? Oder hörst du mich gerade überhaupt? Das habe ich durch euch mitbekommen tatsächlich. Also, das hast du mir erzählt. Also, drei Jahre alt. Also, wir sind nicht die einzigen, die schon mal rechtliche Probleme mit Leon klären mussten. Nein, auch Mimi hatte damals Probleme, weil seine Speicherkarte geklaut wurde und zerstört. Und diese Aufnahmen wurden jetzt veröffentlicht im neuen Leon Machère-Video. Seine krasse Abrechnung. So. Oh. Aber der Punkt ist, dass Leon nicht sonderlich viele Fluchtwege hatte, ne? Mimi hat in seinen Videos immer nach und nach aufgeklärt, dass seine Videos scheiße waren und scheiße sind und gefaked sind. Daraufhin hat Leon jetzt die Karte gespielt von Ich war früher so und distanzier mich von mir, als ich früher war. Und hat dann auch die weitere Karte gespielt, dass er dieses Video, wo es um den Dialog mit ihm und Mimi ging, wo dieser Streit zustande kam mit der Speicherkarte. Dieses Video hat er jetzt gezeigt, hat es aber kommentiert, Das heißt, er konnte zum einen sagen, öh, ich bin da sehr, sehr nervig, das ist mir inzwischen selbst peinlich. Und das war so und so und ich wurde selbst bedrängt und ich war in dieser und dieser Notlage. Das heißt, er hat es für sich sehr, sehr gut aussehen lassen und hat noch ein paar Facts über Mimi gedroppt. Und jetzt ist es eigentlich so, dass Mimi sehr, sehr schlecht dasteht. Und ich denke, jetzt ist Mimi wieder im Zugzwang. Aber bevor ich das ausführe, lasse ich nochmal kurz reden, Robin. Ja, also sehr schlecht würde ich vielleicht nicht sagen. Ich fand halt das Allerschwächste in Leons Video, dass er dann plötzlich anfängt, und jetzt wird es vielleicht für Tino interessant, ja, dass Mimi ein ernsthaftes Problem hat, weil es da irgendwie eine, seine Partnerin gibt und die stehen gemeinsam wohl auf Fesselspiele oder eher zumindest. Oh. Und das bedeutet, dass Mimi ein psychisches Problem hat und nicht loslassen kann, äh, Leon zu kritisieren. Was halt absolut einfach nur ein dummes Atominem-Argument ist, was halt Mimi als Person diskreditieren soll, was aber in keinster Weise in irgendeiner Form entschuldigt, was, was Leon für Scheiße gebaut hat. Also, das fand ich halt richtig, richtig dumm. Also, Mimi steht privat sexuell darauf, gefesselt zu werden. Und das holt Leon nach hier raus. Oder zu fesseln, ja. Das ist da, glaube ich, nicht ganz klar. Aber, also, daraus schließt er dann, dass Mimi das braucht, Leuten, äh, Leute zu quälen, ja. Ah, also, Leon ist ja das Opfer, was gequält wird. Ja, Tino, ist das ein psychisches Problem? Ja, ich höre dich ganz schlecht, Robin. Also, ich höre immer nur so ganz kurz manchmal so Worte und, und Phrasen und mache immer nur, hm. Okay. Let's. Shit. Nee, also, Leon dreht's halt so, dass, äh, Mimi, da er seine Freundin in der Öffentlichkeit fesselt, darauf steht, Leute fertig zu machen, so im Allgemeinen. Und argumentiert auch damit. Das ist klar ein schwaches Argument, aber er hat auch Argumente, die für einen geneigten Hörer schon so klingen können, als hätte Mimi halt wirklich ein Problem, wenn man hinzunimmt, was den News-YouTuber Mr. Trashpack dazu gesagt hat. Nämlich, dass Mimi sich jetzt schon seit drei, ähm, Jahren über den Hass über Leon fertig macht und sich echt mal Hilfe suchen sollte. Was halt, wie gesagt, für einen geneigten Zuschauer, ähm, der eh tendenziell Mimi vielleicht nicht unbedingt immer gut findet und vielleicht auch nicht immer so viel nachdenkt und sich beeinflussen lässt, schon ein valides Argument ist, ne? Ja, tatsächlich. Also, für den Zuschauer, aber es ist, ich finde es objektiv einfach nicht gut. Wenn man das versucht, ein bisschen auseinanderzudeben, kommt da halt nichts rüber. So, finde ich. Also, geht der Punkt jetzt an Leon Machère, der Erste? Nee, nicht der Erste, aber ich finde schon, dass der Ball jetzt auf jeden Fall in Mimis Feld liegt. Hört ihr mich jetzt gerade besser oder schlechter? Hallo? Und dürfen wir eine Antwort erwarten von Mimi? Das ist schwer zu sagen. Mimi hat angekündigt, dass sobald sein Rechner wieder da ist, er weiter Paybacks machen wird. Jetzt steht natürlich offen, ob er auf Leons Antwort eingehen wird. Ich fürchte ja, aber er ist halt krass in Zugzwang. Ich glaube, er stand lange nicht mehr so unter Druck wie jetzt, weil gegen ihn halt sehr viele, egal wie schwach und wie stark, zumindest Argumente liegen, die in der breiten Masse halt Anklang finden und die er auf jeden Fall beantworten muss, wenn er einen Teil seines Rufes retten möchte oder nicht möchte, dass sein Ruf zerstört wird. Ach so. Hört ihr mich jetzt gerade ununterbrochen, ansonsten switchen wir vielleicht einfach auf Telefon. Nein, hören wir nicht. Nee, du brichst ab. Okay, naja, dann rufe ich euch halt mal kurz an. Okay, wir sind jetzt über Telefon verbunden, weiter geht's. Ja, du hast eben Trashpack gesagt, das ist ein richtig gutes Stichwort. Ist jetzt nicht wirklich in den News, aber ist mir nur aufgefallen, das ist echt ein bisschen sad. Ich hab halt geguckt, okay, was ist die Woche passiert, hab dann auch seinen Kanal angesteuert, ja. Und dann ist mir auf seiner Startseite nochmal aufgefallen, dass er ja vor sieben Monaten so ein Video gemacht hat, Träume ändern sich, und so ganz groß neu durchstarten wollte mit einem neuen Kanal. Und da sind drei Videos entstanden und dann ist halt wieder vorbei. Und er sagt halt in diesem Video so, ja, ich hab dann irgendwann gesehen, mein Traum hat sich geändert, ich will nicht mehr YouTube News machen. Und exakt das macht er halt die ganze Zeit immer noch. Das ist so richtig, es ist so richtig sad, ey. Aber gut, das nur zu Mr. Trashpack. Und was macht er sonst, was will er sonst machen? Der hat halt drei Videos gemacht und eins davon war so ein Tag, 24 Stunden lang komplett klimaneutral leben und sowas. Und dann hat er so Currywurst getestet oder verschiedene Schafe so. Das war eine Scheiße. Ja, er wollte sich halt kreativ ein bisschen austoben. Robin, wollen wir auch mal Currywurst testen? Äh, ja. Geil. Ey, ohne Scheiß, ich hatte vor ein paar Tagen vegane Fischstäbchen. Und? Du bist ein schwuler Fisch. Ja? Nein, das war furchtbar lecker. Und ich hatte Vince zu Besuch und er meinte auch, das schmeckt echt wie Fischstäbchen. Auch von der Konsistenz her. Also ich, wir waren uns zwischendurch ganz unsicher, ob das echt vegan ist. Aber das war aus... Du hast so kurz Angst, Alter. Der vegane Herzinfarkt, Alter. Oh Gott. Aber es war aus Sojaprotein. Also unfassbar lecker. Okay. Ja, also ich weiß gar nicht, für mich ist das echt nicht so dieses, ich brauche unbedingt diesen Geschmack reproduziert. Also gut, ich habe jetzt eh nicht so viel Geschmack, aber auch vorher schon nicht. Keine Ahnung. Naja, aber gelegentlich mal, wenn man irgendwie Gäste hat oder so, dann mache ich mir schon ganz gerne mal abends irgendwie eine vegane Bratwurst oder Fischstäbchen. Ja, das ist natürlich witzig, wenn du den Leuten das gibst und nicht sagst, dass es vegan ist und die es gar nicht merken. Das merken die meistens schon. Na gut. Aber Fischstäbchen nicht, die waren jetzt echt nah dran an der Realität. Okay. Weißt du, wer weit weg ist von der Realität? Bibis Beauty Palace. Ah. Bibis Beauty Palace hat nämlich jetzt einen tatsächlichen Palace. Also schon eine Weile, aber jetzt hat sie es vorgestellt und war damit auf Platz 1 in den YouTube-Trends. Die hat ja Haus gezeigt. Habt ihr das gesehen? Nein. Nee, auf keinen Fall. Warum bin ich der Einzige? Natürlich habe ich das nicht gesehen. Ich bin doch nicht bescheuert und gucke Bibi, 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 Bibi. Hallo. Doch, es hat mich interessiert. Also wie sich meine erste Reaktion nach 30 Sekunden war, in die Oase zu schreiben, warum zur Hölle braucht Bibi fünf Badezimmer? Stellte sich heraus, es sind doch nur drei. Okay. Geht noch. Na, für jedes Kind eins. Es gibt tatsächlich ein Kinderbadezimmer, ein Gästebadezimmer und ein normales Badezimmer, das große Badezimmer. Aber was ich eigentlich sagen will dazu ist, dass ich das super unbequem finde. Also ich habe jetzt mir nicht so viele Riesenhäuser angeschaut und es ist jetzt auch nicht riesig, riesig, ich glaube, 500 Quadratmeter oder sowas war es schon, glaube ich. Und, aber du siehst halt so ein Bild, wie sie mitten in ihrem Wohnzimmer steht und da ist so viel Leere, weil alles auch so Einbauschränke sind. Quasi alles, es sieht aus wie, ähm, äh, hier. So ein Vorstellzimmer, so ein Beispielzimmer. Nee, der Medienbereich von der Bauhausuni, weißt du, was ich meine, wo außen dieses Metallding dran ist, so ein bisschen in diese Richtung. Also, es ist halt schon so ein bisschen... Also so leer wie Jakob. Ja. Darf ich ganz kurz der Anekdote zum Thema mehrere Badezimmer erzählen? Ja. Du erinnerst dich noch, als wir bei David Hines zu Hause waren? Ja. Und ich einfach so, ohne zu fragen, auf seine Toilette gegangen bin. Ja. Und er mich angeschissen hat, dass ich in seinem Hauptbadezimmer war und nicht in seinem Gästebad. Und ich so, hey, ich hätte jetzt echt fragen sollen, in welches Badezimmer darf ich gehen? Ja, das ist schon echt hart. Ich darf auch nicht zu viel haten. Meine Oma Inge hat nämlich auch in dem Sinne drei Badezimmer, aber eigentlich sind es nur zwei und ein Klo. Aber sie hat halt nicht ansatzweise so ein riesiges Haus. Es ist halt einfach, sie hat zwei Etagen und oben ist halt komplett die Haste. Ist ja auch egal. Ich will ja auch gar nicht Reichtum schämen. Ja. Von mir aus. Aber ich raff nicht, wie man sich da wohlfühlen kann, ehrlich gesagt. Das ist so... Was du da alles putzen musst auch. Nee, ich denke, da kannst du dir auf jeden Fall Personal leisten. Ich denke auch, dass man sich an die Größe dran gewöhnt. Und wie jede neue Wohnung gewöhnt man sich daran. Und das wird dann sein eigenes, ne? Aber alleine dieser Hall. Ich finde das so unerträglich, wenn eine Wohnung so hallt. Das habe ich selbst bei mir im Zimmer, wenn hier nicht so viel drin steht. Wenn das Bett zum Beispiel nicht drin ist, heilt das hier auch. Das ist so widerlich. Ich weiß nicht, ob ich mich da dran gewöhnen wollen würde. Da darfst du nicht reich werden. Ich glaube, also, Robin, du sträubst dich ja eh mit allem, was du hast und kannst, dagegen reich zu werden. Ja. Was ich auf jeden Fall noch sagen wollte, ist, sie haben eine Bar im Keller und einen Pool und alles ganz tolli. Und das war's. Das hört sich wahnsinnig spannend an, so ein Haus an sich anzugucken, vor einem Babyspulli-Panis. Alter, deine Schnauze. Das ging, glaube ich, 25 Minuten oder so. So lange wie der Brennpunkt jetzt schon geht. Aber ich muss sagen, ganz ehrlich, ich finde es immer ganz interessant, sich so Sachen von reichen Leuten anzugucken. Was könnte man so erreichen im Leben und so weiter. Und es sind auch so Roomtours von großen Häusern dabei. Oder manchmal geht man auch immer auf ImmoScout und guckt sich irgendwelche Wohnungen an, die halt eine Million kosten. Oder so, finde ich, mache ich zumindest. Ich wollte gerade sagen, manchmal macht man das halt, da geht man halt mal auf ImmoScout und guckt sich so eine Villa an. Man, man macht das halt. Na nicht? Ich habe das noch nie gemacht, auf jeden Fall. Das machen, glaube ich, Leute, deren Hoden manchmal verschwinden. Ich glaube auch. Das ist dann immer so Momente, oh shit, ich habe nur noch einen Hoden, jetzt muss ich irgendwie irgendwas Männliches tun. Zack, ImmoScout. Ach, das ist per Definition Männlichkeit, sich Häuser auf ImmoScout angucken oder was? Naja, so, oh, jetzt so eine Erfolgsgeschichte durchleben. Ich mache es ja umgekehrt, ich schaue mir gerne so Hoden an im Internet. Ja. Wenn du wieder kein Haus hast, meinst du? Ja, wenn er wieder obdachlos ist. Ja, das hilft mir immer ein bisschen. Schön. Aber ich habe den Skandal der Woche, Leute. Und ich würde gerne mal eure Einschätzung dazu hören. Weil ich nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Habt ihr das mitbekommen mit dem VW-Werbespot? Nee. Gar nicht. Es gab wohl so auf Instagram so einen Werbespot von einem neuen Golfwagen. Und der wurde aus Rassismusgründen wieder gelöscht. Okay. Und der Werbespot ist mir auch angezeigt worden. Und ich habe ihn auch gesehen, bevor ich wusste, dass es einen Skandal gibt. Und ich habe daran erst mal nichts gesehen, was rassistisch ist. Und ich habe aber eine Analyse davon gesehen. Also was passiert ist, dass ein dunkelhäutiger Mann vor einem teuren Auto steht. Und dann siehst du, wie so eine große Hand ins Bild reinfährt. Und diesen schwarzen Mann immer so hin und her zieht am Kopf quasi. Ja, ich sehe es gerade vor mir. Genau, ihn rumschüttelt. Und ihn dann in so eine Restauranttür hinstellt. Und ihn reinschnipst. Ja. In dieses Restaurant. Und dann kommt die Aufschrift, der neue Golf. Das passiert da. Und was daran ist Rassismus? Und zwar, es gibt offenbar vier Punkte, die dafür sprechen. Ich hätte es euch gerne mal geschickt vorher. Fällt mir gerade ein. Und zwar, erstens eine große weiße Hand, die einen schwarzen Mann hin und her schüttelt. Das war das erste Argument. Wo ich noch dachte... Schon mal dumm? Wo ich dachte, das ist dumm. Also, es macht es ja erst rassistisch, dass man sich Gedanken machen muss. Ja. Welche Hautfarbe haben jetzt die beiden Protagonisten? Ja. Dachte ich mir, okay, wie geht es weiter? Das zweite war, dass der schwarze Mann vor dieses Restaurant geschoben wird und da stand drauf Petit Collant und das heißt wohl kleiner Siedler. Ist das nicht irgendwie Magen oder Collonne? Ist das nicht irgendwie der Darm oder sowas? Nee, also ich habe recherchiert. Ach so, ist ja französisch. Französisch, Petit Collant und das heißt wohl kleiner Siedler und kommt aus der Kolonialzeit. Da wurden ja auch Schwarze versklavt. Das war halt, also Punkt zwei. Also im Englischen ist es auf jeden Fall Dickdarm. Also vielleicht heißt es ja doch kleiner Dickdarm. Also Dünndarm quasi. Und da dachte ich mir halt noch so, okay, das kann aber auch Zufall sein. Die haben halt vor irgendeinem Restaurant gedreht, was halt so heißt zufällig. Ja. Geschenkt. Das nächste war dann, dass während diese große weiße Hand den Mann schnippst, macht die Hand dieses White Power Zeichen, weißt du? Dieses, okay. Ja, dumm. Und da dachte ich mir, okay, aber du schnippst einfach mit dieser Geste, weißt du? Ja. Egal ob White Power oder nicht White Power. Das dachte ich auch, ist ein bisschen weit hergeholt. Und das vierte und letzte, wo ich dann spätestens gedacht habe, okay, das kann echt kein Zufall mehr sein. Meinst du? Ich sehe es auch gerade. Du meinst, dass dann da Neger steht, aber halt, oder? Genau. Der neue Golf soll quasi im Buchstaben erscheinen. Und zuerst tauchen aber die Buchstaben auf, die Neger ergeben. Auch in der richtigen Reihenfolge und der richtigen Höhe. Na, aber nicht in der richtigen Reihenfolge. Es ist E-R-N-E-G. Das ist ja nicht die richtige Reihenfolge. Nee, aber wenn du im richtigen Moment Pause drückst, kannst du richtig Neger lesen. Und da muss ich sagen, okay, in der Gesamtheit ist das ein bisschen seltsam. So, und warum sollte VW Interesse daran haben, so einen Werbestot zu machen, der offenbar rassistisch ist, wenn die Mehrheit nicht rassistisch ist? Der Hintergrund ist, dass dieser Spot wohl von einer externen Firma hergestellt worden ist. Und die sollen angeblich diese Symboliken reingebaut haben. Also. Aus idealistischen Gründen. Und ich bin mir gerade sehr, sehr unsicher. Also. Also VW hat sich entschuldigt dafür und den Spot gelöscht. Und ich weiß es halt nicht einzuordnen, ob das mit Recht passiert ist oder ob das unglückliche Zufälle sind. Gut, ja, wenn diese Werbefirma da oder diese Firma das halt reingebaut hat, dann kann es ja sein, dass das VW nicht aufgefallen ist, so dumm gelaufen. Und mir ja auch nicht, ich hab's auch gesehen. Also, ich würde es als erstes sagen, vielleicht sollte man dann mal diese Firma, die damit beauftragt wurde, prüfen, ob das schon mal passiert ist, irgendwas in die Richtung. Und wenn nicht, ist es halt auf jeden Fall Bullshit. Und wie gesagt, man kann halt alle fünf Buchstaben von dem Wort lesen. Ich seh's ja vor mir, aber sie sind halt alles andere als in der richtigen Reihenfolge. Nee, also wenn du im richtigen Moment Pause drückst, siehst du halt, wie halt ein Neger da steht. Darum geht's ja viel mehr. Hey, aber es steht halt nicht da. Das steht da nicht, Tino. Aber drehst man 45 Grad nach rechts und lies es dann nochmal. Ach so, meinst du? Hm. Hm. Naja. Und das find ich halt seltsam. Auf der anderen Seite hatten wir schon mal diesen Skandal mit irgendeinem, war's H&M oder C&A, die einem schwarzen Kind ein T-Shirt angezogen haben. Wo drauf stand, äh, the best monkey in the jungle. Das war ja auch so ein Ding, okay, ich verstehe, wo der Aufreger herkommt, aber eigentlich ist es ja, weiß ich nicht, es ist einfach nur ein Spruch. Die Kommentare, wenigstens war es diesmal nicht Bill Gates. Ja, liebe Leute, schreibt es in die Kommentare, was ist denn euer, ähm, eure Meinung dazu? Schreibt es in die Kommentare, aktiviert die Glocke und abonniert. Also ich bin fest überzeugt, dass Fehler gemacht wurden. Ähm, eigentlich sollte das beim Sichten dieser Werbung aufgefallen sein, da wurde schon nicht gut geguckt, beziehungsweise die Leute, die geguckt haben, das vielleicht angemerkt haben, wurden ignoriert von der, von der Masse oder von der Mehrheit der Leute, die das halt durchgewunken haben. Ja, dumm für Volkswagen, ne? Aber wir können zumindest bitte festhalten, dass es völlig, also was du am Anfang gesagt hast, dass es halt völlig absurd ist, nur weil das eine weiße Hand ist und ein schwarzer. Ja, das finde ich immer schwierig, dieses Argument tatsächlich, weil das macht es ja erst rassistisch, wenn du darüber nachdenkst, oh, welche, welche Hautfarbe gebe ich denn jetzt dem, der großen Hand? Und dieses, dieses White Power Geste Ding, ist das nicht erst vor irgendwie einem halben Jahr, da haben wir doch auch drüber gesprochen, das ist doch da erst irgendwie offiziell irgendwie in so eine Dings eingetragen worden, dass das jetzt auch dafür gilt, obwohl das ja eigentlich, wie du auch gesagt hast, diese Okay-Geste immer war und selbst Trump macht das beim Sprechen immer. Das fing an mit dem Christchurch-Attentäter, soweit ich weiß, dass der das wohl in die Kamera gehalten hat absichtlich und inzwischen nutzten das auch tatsächlich Neonazis in den USA und überall auch. Dumm, Alter, die Attentäter müssen uns alles kaputt machen, ey. Ich weiß, ich weiß. Jetzt dürfen sich Taucher nicht mehr verständigen. Jetzt ertrinken die alle. Wie soll er denn jetzt wissen, dass alles okay ist? Nein, ich ertrinke. Hast du, hast du noch Luft in deinem Tank? Was? Rassist! Bums. Scheiß Nazi, ass auf. Ja, also, ja, das mit dem 90-Grad-Drehen mit dem Kopf, okay, dann steht dann halt N-E und dann unten drunter G-E-R. Ja, ich weiß, also wie gesagt, ich würde halt prüfen, ob die Firma jemals auch schon mal sowas in die Richtung gemacht hat oder so. Und falls ja, dann würde ich sagen, kann man wirklich nicht von Zufall sprechen. Und da würde ich ganz gern anknüpfen, wir hatten ja das Thema mit der Heute-Show, als dieses Kamerateam angegriffen worden ist und wo es dann aus den Mittlerkreisen hieß, dass es linksradikal oder aus der linken Ecke kommen, diese Angreifer. Und wo sich alle gerade die Frage stellen, wo die Motivation liegt. Und da gibt es wohl jetzt neue Erkenntnisse. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Nee. Ähm, das Kamerateam, ähm, was für die Heute-Show gearbeitet hat, arbeitet wohl für die gleiche Produktionsfirma, die auch für, ähm, Ken Jebsen arbeitet. Okay. Und es sollen Gerüchte gestreut worden sein, dass Ken Jebsen als Heute-Show getarnt dort filmen will. Und, ähm, darauf, das soll wohl die, die Linken dazu animiert haben, das Kamerateam anzugreifen, was ich auch immer noch nicht gut finde, aber zumindest hat man jetzt so eine gewisse Verbindung, woher die Motivation stammt, diese Menschen anzugreifen. Okay. Aber rotzenhohl ist es trotzdem, wenn man das nicht ordentlich prüft, so. Ich meine, das kann man halt immer machen, so, ey, der da ist eigentlich Ken Jebsen, greift den mal an. Es war ja nicht mal Ken Jebsen, es war ja irgendwie Abdel Karim, der, ähm, der Komiker oder der Kabarettist, der ist eindeutig nicht Ken Jebsen. Ja. Ja, dumm. Das nur als kurzes Update. Ja, ich hab noch ein anderes Update zu einem anderen Ausraster, vielleicht habt ihr den mitbekommen. Sido. Oh, Tino, Alter. Hammer. Ich bin drin. So viele Parallelen zum Herr Rainer Winkler. Das stimmt, ja, das stimmt. Wollt ihr es vielleicht sagen? Aber ich muss auch sagen, das war wirklich, also ich kann Sido völlig nachvollziehen. Ähm, mal abgesehen von diesen ganzen Aluhut-Geschichten, die er wohl, äh, geäußert haben soll, ich find's auch ziemlich, äh, frech und, äh, das gehört sich einfach nicht, dass man, ähm, vor dem Privatanwesen eines Prominenten steht und da, und da in den Garten rein filmt. Da kann ich verstehen, dass Sido auch beleidigend wird. Eine, eine gewisse Ironie geht der Sache aber nicht ab, dass er irgendwie eine Woche vorher Rainer Winkler bei sich im Podcast oder im Livestream hatte und hat gesagt, ja, wenn die Leute bei dir vor der Tür stehen, du musst die ignorieren. Wenn du die noch, wenn du denen noch eine Bühne gibst, da kommen die immer wieder. Und genau. Ach, das mit zum Beispiel gar nicht. Das wusste ich gar nicht. Genau, und eine Woche später steht dann die Bild bei ihm vor der Tür, für die Leute, die jetzt übrigens nicht wissen, um was es geht, und, äh, will halt anscheinend irgendwie Fragen stellen und er rastet halt aus, wahrscheinlich auch irgendwo zurecht, oder sagt erst mal, er rastet ja auch nicht sofort aus, ne, er sagt ja erst mal hier, was wollt ihr hier oder so, und als die dann nicht weggehen, sagt er hier, ihr seid Abschaum, bist du glücklich mit deinem Job, bist du stolz auf das, was du tust und so, und sagt dann aber auch irgendwie, du, halt Abschaum und irgendwelche Schimpfwörder, ich weiß es gerade nicht genau. Aber wie gesagt, eine Woche vorher sagt er zum Drachenlord, wenn die da zu dir kommen, dann musst du ganz ruhig bleiben, musst du ignorieren. Ja, ich muss aber ehrlich sagen, ähm, wie Sido reagiert hat, fordert niemand weiteren dazu auf, es witzig zu finden, da nochmal hinzugehen, so, also es ist schon so, dass er klar macht, dass das nicht passieren soll nochmal, währenddessen man mit Drachenlord denkt, hä, hä, will ich auch mal machen. Ja, ich verstehe auch die Ironie tatsächlich, aber ich würde es ein bisschen entkräften damit, dass ja der Drachenlord seine Adresse, ähm, bewusst, äh, geleakt hat und die Leute aufforderte, zu ihm vorbeizukommen. Ja, aber vor sechs Jahren halt. A, vor sechs Jahren oder vor sieben und B, hat er halt mehrfach gesagt, dass es nicht mehr seine Einstellung ist, dass er will, dass Leute zu ihm kommen, dass das aus einem Affekt entstanden ist und er ist total bereut, dass er diese Adresse geleakt hat. Ja, keine Frage, ich finde es auch immer noch asozial von den Leuten, die da ihn besuchen und Böller auf sein Grundstück schmeißen, ich finde es ja auch asozial, ich sage nur, dass, ähm, die Ironie ist, es hinkt ein bisschen, aber sie ist auf jeden Fall da. Also, ich will das auch gar nicht irgendwie schlechtreden, ich hätte mich auch wahrscheinlich nicht gefreut, ich hätte vermutlich nicht rumgeflucht, sondern irgendwas Witzigeres gemacht, aber ich will das ja nicht so darstellen, als wäre das geil, dass irgendwelche Bildreporter einfach bei dir vorm Haus stehen, das ist halt immer dumm. Er hat es ja sicherlich auch nicht zum ersten Mal erlebt, dass ihn irgendwelche Reporter auf den Sack gehen, der wird, der schon eine Herangehensweise haben und das ist dann halt so dieses sehr, sehr ermahnende, fast aggressive, kurz vor Gewalttätige, dass die Leute wissen, ey, das findet der nicht witzig, ne? Ja. Und was ich, was ich auch ein bisschen komisch fand, irgendwie, jetzt bin ich wieder der Rassist, aber die beiden Bildreporter, die konnten irgendwie nicht so ganz flüssig deutsch reden, kann das sein? Das ist ja nicht so mal nicht aufgefallen. Also, vielleicht ist es auch irgendeine Art von Dialekte, der wir nicht so geläufig ist, aber die Frau, die man nur kurz hört, vielleicht habe ich auch nicht alles gehört, also ich habe nur irgendwie zwei Sätze gehört und die waren irgendwie so ein bisschen, als könnte sie nicht richtig deutsch und vielleicht versteht sie es halt wirklich nicht, was gerade das Problem ist, das meine ich halt. Entschuldigung. Man muss die Sprache nicht können, um an allem, wie er sich verhält, zu sehen, dass er das gerade nicht witzig findet. Ja, natürlich, natürlich. Ich meine ja nur, wenn die halt gesagt bekommen vom Axel Springer, ey, geht da hin und sie sagt, okay, Chef, okay, ich gehe hin. Und dann ist da plötzlich so ein wütender Mann und sie hat einfach den Auftrag, da die Kamera draufzuhalten. Nein, was weiß ich. Vielleicht war es einfach nur ein dummer Dialekt. Gut. Fände ich das aber auch nicht hundertprozentig nett vom Axel Springer, dass der sagt, hier geht er mal hin und sagen nicht, dass das ein Rapper ist, der schon häufiger aufgefallen ist durch Sachen, durch die er nun mal aufgefallen ist. Ja, der böse Axel wieder, ey. Nee, aber auf jeden Fall zu Recht aufgeregt, wie gesagt, ich hätte wahrscheinlich nicht so rumgeflucht. Ich fand diesen Ansatz mit, bist du stolz auf das, was du machst, fand ich halt richtig gut und dann dreht der halt richtig auf. Ja, auf jeden Fall. Ja. Naja. Ich würde mich auch voll schämen tatsächlich in so einer Situation. Naja, das sieht doch. Wenn man vom Haus umgefragt ist schon, weiß man eigentlich. Ja. Das mit dem Verschwörungsding, das war jetzt auch nur so nebenbei. Ich glaube, der ist jetzt nicht in dieser Riege wie ein Xavier Naidoo, den ich übrigens, Tino, ich hab's dir gesagt, ich fand den schon immer scheiße. Xavier? Ja. Du hast gesagt, der war irgendwie selbstironisch oder sowas früher? Ja, ist aber auch lange her. Also ich erinnere mich an so Musikvideos von ihm, die sehr komödiantisch waren und wo er sich selbst so aufs Korn genommen hat. Und er ist ja auch kein schlechter Sänger, das kann man ja auch nicht sagen. Aber als er anfing, schon vor drei, vier Jahren oder so im Fernsehen zu behaupten, wir seien in ein besetztes Land und so, da wusste ich natürlich auch, dass er sich idiotisch verhält. Dass er lost ist, wie die Leute heutzutage sagen. Ja, genau. Aber er ist, also ich find's um ihn echt auch schade, dass er so antisemitisch drauf ist und jetzt so völlig abgestürzt ist. Ja, nee, mir ist das egal. Also mir ist nicht das egal, dass er so dumm ist, sondern seine Musik war mir schon immer sehr egal. Das war halt für mich immer dieses ganz unangenehme, oh, jetzt machen wir mal was ganz deepes, emotionales. Aber halt nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was mir genau fehlt, um es irgendwie dann wieder ernst nehmen zu können. Egal. Ich will eigentlich nur sagen, dass Sido nicht in diese Richtung gegangen ist, soweit ich weiß, sondern nur halt irgendwie gesagt hat, dass er auch Dinge anzweifelt und dann hat er halt mit diesen Kindern angefangen, die weggefangen werden. Das geht dann nicht in diese Andenochrom oder wie die Scheiße heißt Richtung, sondern ach, keine Ahnung, dass man ja weiß, dass überall auf der Welt Kinder weggefangen werden. Bla, bla, bla. Ich weiß es nicht. Ja, er hat's vorsichtig angerissen, dieses Thema, dass es Menschen gibt, die daran glauben und dass ja tatsächlich Kinder auch verschwinden. Dass da was dran ist, aber er hat jetzt nicht gesagt, auf jeden Fall gibt's da Reptiloiden und so, die jetzt die Kinder für Adrenochrom ausnutzen. Das hat er nicht gesagt, das stimmt. Mal gucken, was da noch kommt. Kommt vielleicht noch. Ja. Der ist am Anfang, ja. Xaver ist immer ein paar Monate voraus. Ein paar Jahre. Und ein paar Telegram-Gruppen. Meine Oma mochte den Xaffi-Natu, die hatte sogar ein Poster. Stimmt, Xaffi-Natu. Ja, TikTok ist ja noch so ein Ding auf meiner Liste. Das fand ich diese Woche ziemlich nice. Auch wenn ich das ursprüngliche Video, um das eigentlich geht, nicht schauen kann, weil es keinen Untertitel gab. Das hat nämlich ein ganz, ganz großer YouTuber aus Indien gemacht, dieses Video. Und er hat jemanden, und stellvertretend auch TikTok, aber jemanden von TikTok so hart kritisiert, dass es von YouTube rausgelöscht wurde, wegen Mobbing. Und daraufhin hat sich ganz Indien verschworen und ist gemeinsam in den Playstore gegangen und hat millionenfach Ein-Sterne-Bewertungen auf TikTok reinrasseln lassen, sodass die irgendwie von 4,5 auf 2,3 oder so runtergefallen sind. Oh, das ist hart. Ganz Indien. Ganz Indien hat sich versammelt. Ganz Bollywood, die sind dann so tanzend an ihren Handys so rumgegangen und dann haben die so gesagt, Big Shit, Big Shit. Wenn ich sowas schon höre, für mich ist und bleibt Indien eigen. Natürlich war es nicht ganz Indien, aber stell dir halt vor irgendein, was weiß ich, PewDiePie sagt jetzt, hier, guck mal da. Da kommen ja auch viele Leute zusammen. Und PewDiePie macht... People should consider doing one star on the TikTok application in the App store. Das ist das Witzige daran, dass das keiner so gesagt hat. Ja, also das Video ursprünglich, das ursprüngliche Video ist down genommen und dann ist das von ganz alleine zum Selbstläufer geworden. Das lag in den indischen Genen, glaube ich, drin. Ich glaube auch. Die haben vielleicht den Microsoft Tech Support angerufen. Dann haben die das empfohlen. Nee, das Problem bei der Sache ist, dass die seit neuestem jetzt, also der Play Store will da so ein bisschen gegen vorgehen, gegen solche Hate-Wellen. Alles, was quasi nicht mit der App-Experience zu tun hat und bewertet wird, soll quasi rauslöschbar sein. Das heißt, diese ganzen Bewertungen werden wahrscheinlich rausgenommen. Äh, was ich halt ein bisschen dumm finde, weil wenn zum Beispiel TikTok ein fucking Spy-Tool ist, was mehr oder weniger mit deinen Daten macht, was es will, dann gehört das doch auch irgendwie zur App-Experience, oder nicht? Ja. Nein, das ist eh egal, weil das kannst du ja auch gut tarnen. Du musst ja nicht reinschreiben, du gibst den einen Stern, weil die Firma scheiß ist. Du kannst ja auch einfach dazuschreiben, oh, die App funktioniert nicht oder nur Idioten online und so. Das ist ja nur eine andere Begründung. Aber du kannst nicht dagegen vorgehen, dass Menschen dich schlecht bewerten. Ja, es ist halt witzig, wenn Google jetzt gezwungen wird seitens China, ey, mach mal alle Bewertungen aus Indien, die zählen jetzt nicht oder so. Aber es gibt da auf jeden Fall so Maßnahmen, die eine Firma machen kann, dass solche Hate-Wellen quasi wieder rausgenommen werden an schlechten Bewertungen. Deswegen mal schauen. Ja, dann schießt sich aber Google halt wieder ins Knie. Halt jetzt auch wegen der YouTube-Sache doppelt, ne? Weil die ernten jetzt natürlich irgendeinen Frust, ne? Ja. Das wird vielleicht noch ein richtig epischer Showdown zwischen Indien und China. Also China im Sinne von TikTok. Aber das führt mich zu einer kleinen Nebenfrage. Meint ihr, dass Google zurzeit auf dem absteigenden Ast ist? Ich verfolge das nicht so, aber die Kritik an YouTube speziell ist auf jeden Fall ziemlich groß, mal wieder. Google setzt sich eh nicht durch, meine Meinung. Ja. Naja, es hat sich jetzt schon die längste Zeit durchgesetzt, auch wenn man sich so die ganzen Amazons und deren Reputation dagegen mal anschaut. Ja, das ist richtig, aber... Also, was ist die Alternative zu Google an sich? Die Frage ist, wird eine kommen und wird sie sich durchsetzen? Ich halte es für nicht unwahrscheinlich, wenn Google nicht langsam mal den Finger zieht. Okay, also wenn was ganz Neues kommt, okay. Aber so aktuell, was es so gibt, sehe ich es noch nicht. Wenn wirklich eine Alternative auf den Markt kommt, ich meine jetzt nicht irgendwie Zip Crowd oder wo wir damals drauf waren, sowas, halt einfach wirklich eine... Wenn jetzt zum Beispiel Twitch sagen würde, okay, wir machen jetzt auch so Videos und bla Keks, dann könnte das halt klar gehen, ne? Ja. Aber ich glaube, dass Google inzwischen so etabliert ist, dass es echt sehr, sehr schwer ist, dass die so absägen und abgesägt werden, dass sie unrelevant werden. Weil selbst im deutschen Duden findest du das Wort googeln inzwischen. Das hat sich so eingebrannt. Das sagt überhaupt nichts. Ah, ich weiß nicht. Also es muss schon viel passieren. Kannst du auch mit anderen Suchmaschinen googeln und das würde jeder Mensch verstehen, also... Ja, ich sage ja auch nicht, dass es nie passieren wird, aber ich glaube, dass dann auch viel passieren wird, dass Google unrelevant wird. Das erleben wir ja nicht mehr. Ich glaube, das geht schneller, als man denkt, wenn man sich die ganzen Yahoo's und MySpaces und Schüler4Zs mal anguckt, ne? Die waren ja auch sehr, sehr lange marktführend, das ging dann ratzfatz, ne? Also ein Richard David Precht sagt, dass es in Zukunft so kommen muss, dass diese Firmen irgendwie zerschlagen werden. Ich sehe es aktuell eigentlich nicht, aber wenn es halt wirklich zu krass... Also vielleicht gibt es auch irgendwo einen Punkt, wo es dann vielleicht zu spät ist. Meint der das als Aufruf? Nein, 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 staatlich. Staatlich zerschlagen wird und... Damit es halt einfach nicht ein zu krasses Monopol ist. Nee, da regelt der Markt. Genau, der freie Markt regelt alles. Der freie Markt regelt auch Corona. Der freie Markt hat Schüler4Z geregelt, der freie Markt hat Yahoo geregelt und der freie Markt hat MySpace geregelt. Ich fand MySpace in der Idee echt schön. Ja, MySpace war geil. Warum hat der freie Markt eigentlich was gegen MySpace gehabt? Das habe ich bis heute nicht so ganz mitgekriegt. War die Plattform an sich einfach schlecht programmiert und irgendwie oder... Da muss ich mal beim freien Markt anrufen und den mal fragen. Ja, weil an sich war es schon nice, glaube ich. Naja, egal. Du konntest deine Freunde in eine Reihenfolge tun, wisst ihr das noch? Du konntest anzeigen lassen, welche deine fünf Lieblingsfreunde waren. Und das war hart. Das hat Bill Gates nicht gefallen. Och, der Mark Zuckerberg hat mich nur auf der 6. Na gut, ich weiß es doch auch nicht. Wollen wir vielleicht doch nochmal ganz kurz, weil bevor ich das vergesse, das haben wir jetzt traditionell immer gemacht, wir machen jetzt auch nochmal die Corona-Zahlen, weil eben habe ich das Wort getroppt, den Boogeyman. Er ist gefallen. Und lass mich mal kurz gucken. Wir haben... Übrigens, ich habe nachrecherchiert, in dieser Berliner Morgenpost werden die Todeszahlen sehr wohl rausgerechnet. Das heißt, wir haben jetzt irgendwas zwischen 10.000 und 20.000. Aktive Fälle, oder was meinst du? Ja, genau. Ja, also hier bestätigte Fälle ist 180.000 gerade, Todesfälle 8.200. Und weltweit haben wir 5 Millionen geknackt. 5.200.000 und 340.000 Todesfälle. Aber was das Erstaunlichste ist, was wir gar nicht so auf dem Schirm hatten, also ich zumindest nicht, ich spreche mal jetzt für alle, die absoluten Paradiese, Russland und Brasilien, haben sich klammheimlich auf Platz 2 und 3 geschlichen. Ich war gestern auch ganz überrascht, wie ich das gesehen habe. Das ist irgendwie ein Wunder. USA, Russland und Brasilien, die großen Länder, die immer gesagt haben, ach nee, das ist gar nicht so schlimm und das müssen wir nicht ernst nehmen und das ist alles ein Hoax und so, die sind jetzt auf den ersten Plätzen verteilt. Das ist aber komisch. Und gerade Russland muss da auch sehr ironisch sein, dass die da so auftauchen. Es gab auch ein YouTube-Video, wo ein Polizist mit einem Demonstranten, also einem Anti-Corona-Demonstranten diskutiert. Und diese Demonstranten müssen wohl alle so pro Putin sein und der ist der einzig wahre Erlöser und der ist der Einzige, der nicht manipuliert ist. Und da fragte dann der Polizist nur, aha, wenn sie also glauben, dass Putin der einzig wahre ist, der nicht manipuliert wird, warum hat Putin auch Moskau für Wochen geschlossen, für zwei Wochen und hat Shutdown gemacht? Und da meinte der Demonstrant nur so, naja, ich kann Ihnen auch nicht alles sagen, das weiß ich jetzt auch nicht. Ich fand dieses Video sehr bemerkenswert, vielleicht ist das auch was für Herr Rodes, weil es gab so einen Moment, wo er tatsächlich nichts mehr sagen konnte und so ganz schlecht peinlich gelacht hat. Ja. Und in dem Moment hast du, glaube ich, so ein bisschen bei ihm was bröckeln gemerkt. Also in meiner positiven Anschauung des Ganzen hast du, glaube ich, da echt gemerkt, okay, was tue ich hier gerade? Ist so ein bisschen die Fassade gebröckelt bei ihm. Durchaus. Also hast du das Video gesehen oder was? Ja. Ach so, sweet. Ja, nice. Zu Russland, wenn wir da gerade sind, da gab es nämlich auch was Neues. Da gibt es jetzt in Zukunft ein Schulfach oder ein Teil eines Schulfachs, Patriotismus. Und das ist für alle verpflichtend. Das brauchen wir ganz dringend. Ja. Ganz, ganz, ganz dringend. Ist ja fast so schlimm wie Religion. Ja. Das bräuchten wir auch in Deutschland. Am besten von, da können wir ja Bernd Höcke wieder zurück in die Schule schicken. Da kann er ja durch die Klassen fahren in Deutschland und kann alle im Patriotismus unterrichten. Da wäre ja wenigstens weg vom Fenster in der Politik. Ja. Nee, also. Ich finde, es gibt andere Baustellen. Das klingt jetzt mega eh so spiri, aber irgendein Schulfach, das sich mit sowas wie Selbstwertgefühl beschäftigen würde, das wäre doch mal was. Das ist nicht gut. Das können die nicht machen. Da werden die so selbstbewusst, die Leute und denken selber. und lassen sich nicht mehr manipulieren von irgendwelchen rechten Rattenfängern. Das ist nicht im Sinne der Deller ganz oben. Das geht nicht. Rechte Rattenfänger. Was? Hast du gerade Oma Gerda schon wieder beleidigt oder was? Nicht persönlich. Du hast Oma Gerda gerade Ratte genannt. Ich habe es genau gehört. Vor allem, du implizierst, dass rechte Rattenfänger das Schulsystem irgendwie beeinflussen können. Seit 1950. Naja, also ich rede ja davon, dass das ja in Russland eingeführt wird, was ja durchaus ein Staat ist, der rechtsorientiert ist. Ach so. Nee gut, das verstehe ich. Ich dachte jetzt im Allgemeinen. Russland ist eine lupenreine Demokratie. Keine Frage. Und Putin bitte bis, ich glaube, 34 erst mal als Staatschef gesichert. Übrigens zu... Boah, also solange die das bei sich machen, ne. Ja gut. Das finde ich übrigens schwierig. Heute, ach, Errot ist heute. Überprüf mal deinen Puls. Ich habe heute eine Impfgegner-Demo auf dem Theaterplatz gesehen. Und? Ja, waren halt nur ein paar so Hanseln. Na, wie alle, wie alle diese Weimarer Dumm-Demos. Das sind also drei Hanseln, die die Fahne hochhalten und dann kommt 3000 Polizisten aus Erfurt. Und kloppen die alle nieder. Ah, nee. Ich verstehe absolut den Ansatz, dass sie halt sagen, das ist doof, wenn man jetzt keine Impfpflicht macht, sondern sagt, ey, freiwillig, aber wenn ihr nicht geimpft seid, dürft ihr das, das und das nicht mehr machen. Aber das ist doch ein schöner Ansatz an sich. Ich glaube, die vergessen was ganz Entscheidendes. Wir haben noch keinen Impfstoff. Ja, nee, da ging es, glaube ich, auch gar nicht um Corona in dem Sinne, sondern allgemein um Impfung. Ach, das sagst du mir jetzt. Jetzt bin ich wieder der Dumme, der irgendwas Falsches denkt, weil du mir wieder zu wenig Infos gegeben hast, du Arsch. Ja. Nein, da ging es auch, glaube ich, nicht um Chippen und so. Egal. Was wollte ich sagen? Ich bin tatsächlich ein bisschen abgegangen. Also am Anfang, auch hier im Brennpunkt, habe ich schon gesagt, ey, fuck you, Impfpflicht, los geht's. Aber das ist halt so ein bisschen so ein slippery slope. Also man findet das nur so lange geil, bis es die eigene Meinung nicht mehr widerspiegelt. Also wenn es dann, wenn dann irgendwas anderes verpflichtet wird, wo du sagst, okay, das finde ich aber jetzt nicht gut, dann ist es halt wieder nicht geil. Und deswegen sage ich, zumindest ein bisschen vorsichtig sein ist noch, ist vielleicht geboten, sage ich mal. Ich bin absolut gegen Impfpflicht, aber was mich am meisten ankotzt, und das haben wir auch schon mal gesagt, wenn es diese Impfidioten gar nicht gäbe, dann bräuchten wir auch keine Impfpflicht. Ist richtig, ist richtig. Ja, ich finde es halt immer dumm, weil Leute, die das jetzt schreien, hatten diese Krankheiten, wie zum Beispiel Masern, nicht, weil sie geimpft wurden. Ja. Es ist alles ein bisschen absurd. Aber egal. Wir hatten es ja, wie geil Tollwut ist, ne? Ist in Deutschland ausgestorben, ne? Warum auch immer, keine Ahnung, womit das zusammenhängt. Sind genug Leute auf die Straße dagegen gegangen. Vermutlich. Aber, ähm, du wirst ja gebissen, und deine Wunde entzündet sich. Das heißt, dieser, dieses, ähm, dieses Tollwut, ähm, ich weiß nicht, ob es ein Virus oder Bakterium ist. Ich war ganz kurz, ich muss das ganz kurz rekonstruieren. War das so, dass ich in einem Chat irgendwie gesagt habe, dass es übelst hart verlaufen kann und daraufhin hast du das mal gegoogelt oder so? War das nicht so? Genau. Ja, sweet. Erklär uns mal, wie toll Tollwut ist. Das läuft deine, das läuft deine Nerven entlang und wird irgendwann das Gehirn erreichen. Bis es das Gehirn erreicht, hast du Zeit, dich zu schützen. Beispielsweise durch eine Impfung, aber da ist ja dann auch Autismus drin, deshalb machst du das nicht. Also erreicht das Zeug dein Gehirn. Dann ist es unaufhaltsam und du wirst, äh, die Tendenz zur Wut empfinden und aufgebrachter sein und, ähm, nicht mehr klar denken können. Das geht dann zu, äh, Lähmungserscheinungen und irgendwann kriegst du Angst vor Wasser und das wird so schlimm, dass du nicht mehr schlucken möchtest. Deshalb läuft dir diese Sabber aus dem Mund raus und da wird's für mich ganz unattraktiv, wie alle vielleicht wissen, ja. Und ich glaube, die Lähmung läuft dann, also du verlierst dann halt völlig den Verstand und die Lähmung geht dann irgendwann so halt Richtung Lunge, ne, dass du da nicht mehr atmen kannst und einfach halt erstickst. Da ist es ja so, ja doch. Du kannst ja dann auch so übelst heftige Krämpfe kriegen, dass du dir irgendwie selbst die Wirbelsäule brichst. Wow. Das ist richtig absurd, Alter. Und dann mach ich doch lieber so eine Impfung mit einer 1 zu 10 Millionen Wahrscheinlichkeit, dass da was schief geht. Punkt. Ja. Wir hatten sie auch gerade von Russland und wir sind als, deswegen komme ich jetzt mal zu Thüringen und wir sind... Osten ist Osten. Ja. Wir sind nämlich die Vorreiter mal wieder und zwar will Thüringen als erstes die Corona, also die Landesmaßnahmen für Corona beenden am 6. Mai, nee, 6. Juni. Das habe ich auf dieser Demo tatsächlich auch gehört. Was für Landesmaßnahmen? Das heißt, dass das Land Thüringen nicht mehr vorgibt, was man für Maßnahmen ergreift, sondern dass man das den lokalen Ermächtigungen quasi überlässt. Also die Kommunen und Kreise entscheiden selbst, was die für Konsequenz Maskenpflicht? Genau, ob es eine Maskenpflicht. Okay. Und das soll wohl heißen, je nach Infektionsrate werden dann härtere oder weniger härtere Maßnahmen ergriffen. Das ist eine gute Idee. Also das hat den Vorteil, dass Leute sich nicht mehr so doll beschweren können, das wird es aber nicht lösen. Es hat den Nachteil, dass es noch flickenteppicher wird und die Leute gar nicht mehr wissen, was sie machen müssen. Ja eben, also da weißt du ja nicht mehr, wenn du in Weimar bist und du fährst nach Erfurt, nach Gera, nach Nordhausen. Und auf einmal wirst du erschossen. Huch! Ja eben. Hier gilt das noch? Todesstrafe, ja, die bleibt. Okay. Das Land gibt nicht mehr vor, ob Leute erschossen werden dürfen oder nicht. Ja. Ja, also wir haben ja in Thüringen auch vergleichsweise wenig Fälle, aber es ist, ja, also gerade bei so unsicheren Menschen, die dann sich in irgendwelche Telegram-Gruppen flüchten, ist das halt auch wieder irgendwie ein bisschen dumm. Das ist halt so schizophren. Apropos Telegram-Gruppe, Robin, das ist doch ein guter, ein guter Punkt in Werbung zu machen für deine Telegram-Gruppe. Es gibt da die Telegram-Gruppe, die Nostra Wohlfühluase, da kann man sich für drei Dollar im Monat, drei Dollar, Alter, das ist nichts, kann man sich einkaufen. Hammer. Und da gibt es dann tolle Memes und ganz illegale Verschwörungstheorien. Nicht. Tolle Memes und illegale Verschwörungstheorien gibt es auch in Widerstand 2020 Thüringen sowie Widerstand 2020 Aachenkreis. Kann ich beide sehr empfehlen. Sind großartige Memes drin. Kommt bitte dazu und schreib lustige Sachen. Warum Aachenkreis? Ich habe hier in Köln auch Leute, die mir sowas empfehlen. Ich konnte jetzt bisher nur die beiden ausmachen, wo halt jeder reinschreiben kann. Als andere sind es so Rausposaun-Gruppen, wo du nur lesen kannst. Aber wird da wirklich auch getrollt oder sind das alles überzeugte Leute? Das ist hin und wieder schwer zu sagen. Okay. Das ist halt so meine Hoffnung gewesen, dass so irgendwie der Großteil der so Xavier und du dann folgt, dass das einfach nur so Leute oder so, weißt du, so wie du so Unfallbegeisterte sind. Ja, so. Das gab es wohl tatsächlich. Also diese Widerstand 2020-Partei, die hat ja so groß rumgespurt mit, wir haben schon über 10.000 Mitglieder und wir wachsen immer mehr. Und jetzt kam wohl raus, dass die nicht mal 50 Mitglieder haben insgesamt. Bundesweit. Okay. Was ich überlegt hatte, vielleicht mache ich in meinem nächsten Stream mal eine kleine Umleitung all meiner Trolle im Chat in so eine Gruppe und gucke, was passiert. Ja. Könnte interessant werden. Wenn wir noch gerade von den ganzen Impfungen gesprochen haben, dass Bill Gates-Institut Oxford University sagt, dass es bis Ende September eventuell eine fertige Impfung gibt, wenn die Trials jetzt hier richtig durchgehen. Was ich mich frage, Sekunde. Ja, ich wollte nur sagen, das ist jetzt wahrscheinlich das erste Symptom der neuen Weltordnung, die ja jetzt seit einer Woche ist. Genau. Und wir alle am eigenen Leib spüren den ganzen Tag immer. Was fragst du dich, Herr Rodis? Wo kann man hingehen, um sich um zu testen, also um sich als Testkaninchen für so eine Impfung anzumelden. Ich würde das gerne mal machen, einfach aus Protest gegen diese ganzen Impfgegner. Weiß ich nicht. Es gibt doch allgemein diese komischen Fallstudien, wo du dich anmelden kannst. Also ich weiß schon von einem Kumpel. Ne, nicht mal das, also sogar in Erfurt. Also ich habe einen Schauspielkollegen, der sich, wenn er nicht drehen kann und keine Aufträge hat, dass der an solchen Studien teilnimmt und sich dann für zwei Wochen irgendwo in so einem Klinikum quasi einsperren lässt, Anführungsstrichen, und da dann sich Medikamente einverleiben lässt. Tino, bitte nicht so inflationär mit dem Wort einsperren hier um dich werfen, nicht, dass wir wieder irgendwie eine Radiosendung verlieren, okay? DDR 2.0. Kein Einsperren, kein Aussperren, nichts dergleichen ist jemals passiert. Kein Rausschmeißen, ist nie passiert, ich schwöre. Ja, der kriegt dann halt auch Geld dafür, deswegen habe ich Charité gesagt, das hat ja Franz versucht zu machen, da werden so neue Medikamente an dir getestet und du kriegst Geld dafür, tatsächlich. Kann man davon leben? Weiß ich nicht. Weißt du, gehst auf große Tournee, jede Woche ein anderer Bundesstaat, ein anderes Medikament. Ja, wenn du zwei Wochen lang nicht deiner Arbeit nachgehen kannst, dann musst du ja irgendwie ein Geld dafür kriegen, dass diese Arbeit gleichwertig ist. Insofern muss man ja davon leben können. Ich meine, keiner nimmt sich zwei Wochen Urlaub, um sich dann im Krankenhaus einsperren zu lassen. ich weiß halt nicht, ob das vielleicht einfach eh nur Studenten oder sowas machen und nicht normal. Das ist gar nicht noch so wenig. Na, dann kriegst du ja keine repräsentative Studie. Das stimmt natürlich auch wieder. Das war jetzt nur... Das ist gar nicht mal so wenig Geld, also wie gesagt, das macht ein Bekannter von mir, der eigene Schauspieler ist und der meinte, dass er da gut über die Runden kommt, unter anderem mit solchen Sachen und der macht nichts anderes als zwei Wochen rumliegen und halt Medikamente nehmen. Naja, also ich, Bill Gates, wenn du das jetzt hörst, ich würde mich mal anbieten für diese Augmentierung, als erstes so Chip. Also, was habe ich denn da für Vorteile eigentlich? Kann ich am Supermarkt, an der Kasse bezahlen damit und so? Du stürzt ständig ab wahrscheinlich. Okay. Ich stürze ständig ab, sehr gut. Okay. Also du kannst dann blitzschnell zwischen Fans in und her wechseln, du hast einen eigenen Media Player, du hast einen eigenen Browser, den du nutzen kannst, um dir einen Impressor im Browser runterzuladen, all sowas. Nice. Bin ich dann auch edgy? Lel. Okay. Dann habe ich noch eine schöne positive Sache, die ich auch nochmal hervorheben wollte, weil ich hatte das schon wieder ganz vergessen, dass es da was Geiles gab. Das Ende des Plastik ist eventuell in Sicht, denn es gibt eine neue Art von komplett aus Pflanzen gemachten Flaschen, die aber auch eine Art Plastik sozusagen sind, so von der Beschaffenheit und die werden in einem Jahr abgebaut. Da wird jetzt gerade noch final dran forscht. Die nehmen uns Vegetariern das Essen weg. Ist so. Und da ist mir eingefallen, dass ich das auch vor einem Jahr oder vor zweien schon mal gesehen habe, dass so Marathonläufer, solche komischen, das sieht aus wie Luftblasen, nur dass es halt Wasserblasen sind, die von so einer ganz hauchdünnen Schicht Seetang oder sowas umgeben sind. Ja, ja. Und die steckst du in den Mund und es löst sich auf und du trinkst. Das finde ich so geil. Das sieht so geil aus. Das will ich. So wie bei Bubble Tea quasi, ne, wenn du ohne offene Schicht hast und innen drin leckeren Tee. Ja. Nur das Bubble Tea halt nach drei Monaten, nach einem Sommer war das dann auch wieder tot. Ja. Das hoffen wir hierbei nicht. Das kann dem Wasser nicht passieren. Das ist so praktisch und so umweltfreundlich und du brauchst dafür kein Plastik. Schön. Ich sag so, es ist nicht alles schlecht. Ich hab mich jetzt erst vor drei Tagen mit einem Kumpel unterhalten und ja, ich hab mich wieder mit einem getroffen. War richtig aufregend. Wann es denn endlich Laborfleisch gibt. Heißt, im Reagenz hergestelltes Fleisch, das wächst wie normales Fleisch, aber nie wirklich gelebt hat in dem Sinne. Und wann das auf dem Markt sein wird. Das gibt's schon, das ist, also auf dem Mainstream-Markt nicht, aber es ist auf jeden Fall schon wesentlich billiger als noch vor Jahren. Wo kauft man das? Ich glaube halt nicht, dass es das schon im Supermarkt gibt. Ist das nicht Beyond Meat, was du meinst? Das ist übrigens kein ästhetischer Name, also da muss noch irgendwas Geileres her. Das ist auch kein Kunstfleisch. Das ist halt einfach ein Sojaprodukt oder sowas. Nee, dann meine ich nicht Beyond Meat. Nee, nee, dann meine ich nicht Beyond Meat, dann meine ich das andere. Also es ist halt definitiv so, dass es eine Ursprungszelle gibt. Es sind dann irgendwie, du brauchst halt statt statt 10 Millionen Rinder brauchst du halt irgendwie drei oder zehn kleine, wie heißen die, Kälber. Und aus diesen Zellen kannst du dann quasi fast infinite Fleisch herstellen, was auch natürlich wächst. Also normale Struktur irgendwie von Fleisch hat. Aber halt, weißt du, dass das Leid der Tiere um ein Zehntausendstel runtersetzt. Oh, das wäre so geil, wenn es das gibt. Ich meine, das wäre dann ja auch effizienter. Also das gibt es definitiv schon. Was gibst du? Es hat halt nur irgendwie der erste Burger, der so entstanden ist, hat irgendwie 40.000 gekostet und jetzt kostet er irgendwie noch 20 Dollar oder irgendwie sowas. Aber ist halt immer noch zu teuer. Ja, nice, ich will das. Und zwar frage ich mich halt, welchen Rohstoff gibst du in diese Produktion rein, um am Ende Fleisch zu bekommen? Also gibst du denen dann irgendeine Proteine oder welchen Rohstoff gibst du da rein? Irgendeine Glucose? Oder wie läuft das ab? Da habe ich zu wenig in Bio aufgepasst. Aber definitiv ist es halt, die Ursprungszelle ist schon richtiges Fleisch. Ja, klar, aber damit die wächst, muss die ja wiederum irgendwas zu sich nehmen. Wahrscheinlich. Ich bin jetzt auch kein Experte dafür. Also ich fände es halt so geil, wenn das halt kommt, weil da hat man schon wieder so ein fucking Riesenproblem weniger. Dann würden diese ganzen Veganismus-Diskussionen vielleicht aufhören. Und man könnte einfach ohne Probleme halt essen. Ja. Ja, dann ist dann auch wieder so, dass dann irgendwie die normalen Bauern vielleicht revoltieren, weißt du, weil die dann irgendwie nicht mehr mit ihrem Scheiß mithalten können. Die Bio-Bauern zum Beispiel. Es werden immer Arbeitsplätze wegfallen. Da müssen wir Bauern unschulen. Ich sage, dass das vielleicht Gründe sind, warum es auch so ein bisschen noch nicht vorwärts geht oder noch nicht final da ist, obwohl es eigentlich schon möglich ist. Da muss echt ein Umdenken stattfinden, dass Arbeitsplätze nicht ein Argument sein kann, um Zukunft zu behindern. Ja. Schön gesagt. Dankeschön. Was auch schön gesagt ist, ist, die Stunde ist schon wieder, also das ist ja schon wieder, wir haben schon wieder überzogen, Leute. Das vergeht nicht. Ja, wir schneiden hier auch was raus. Und wir haben heute nicht über Trump geredet. Ist das schön? Obwohl es schon wieder Dinge zu sagen gäbe, aber ich schenke es mir heute mal. Scheiß drauf. Danke, Robin. Nummer eins, ich fand die Woche gut. Nummer zwei, Robin, warum hast du eigentlich die eine alte in deinem Spiel umgebracht? Ich habe die nicht umgebracht. Das war mein Highlight der Woche. Mia gegen der anderen. Mia gegen Zoe. Der Chat sollte entscheiden, wen ich rette. Und dann wurde Geld gespendet für die andere Person. Erzähl von vorne. Und dann war ich in der Zwickmühle. Erst gab es einen Poll. Ja. Und der ist 10 zu 9 ausgegangen. Und ich habe einfach behauptet, ich konnte nicht abstimmen. Und dann wäre es ein Unentschieden gewesen, theoretisch. Und eine Sekunde, nachdem du sie nicht gerettet hast, habe ich dann schnell hereingeschrieben, hab gelogen. Ja. Wie gesagt, wurde dann halt Geld gespendet und dann hat das schlechte Gewissen reingekickt. Jetzt kannst du doch nicht die andere nehmen, wenn hier einer sagt, 10 Dollar, bitte nimm die da. Und dann konnte ich es schon nicht mehr richtig machen. Es war sehr witzig. Aber apropos Stream. Also Robin, du bist montags, mittwochs und freitags online, ne? Ja, freitags ist kein fester Tag, aber Montag 20 Uhr, Mittwoch 20 Uhr ist fest. Und wann ist Herodis immer online? Donnerstag 20 Uhr. Donnerstag 20 Uhr. Aber das wird jetzt erst mal nach dem Staffelfinale nicht mehr fest sein. Wo habe ich denn eigentlich mein Handy? Ich rede hier die ganze Zeit mit euch, aber ihr könnt mich ja gar nicht hören. Ach, hier unten. Okay, hi. 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 Ach, du hast die ganze Zeit was gesagt? Ich habe die ganze Zeit was gesagt. Okay. Ach, du warst da. Nein, weil, liebe Leute, es ist passiert, ich habe jetzt endlich rausbekommen, wie man streamen kann und selbst mein alter Rechner kann das. Ich war letztens mal online, so aus Tests, um zu gucken, was passiert. Ich hatte aus Versehen echt viele Zuschauer und plane das auch zu machen. Einmal die Woche mit Vincent zusammen und ich suche noch einen geeigneten Wochentag dafür. Ich will aber keinem von euch irgendwie dann Konkurrenz machen. Da kann ich dir was sehr Gutes empfehlen. Wir haben nämlich einen Streamingplan für die Nostera Fickis. Den kann ich dir mal schicken. Ah, sehr gut. Ansonsten ist morgens immer gut. Ja, also morgens und nachmittags generell ist eh gut. Abends ist es halt. Da schlafe ich ja noch. Welche Formate planst du? Das kann ich nicht verraten. Geil, Alter. Das kann ich nicht verraten. Macht mehr damit. Also ich möchte nur von vornherein sagen hier vor die Kamera sitzt und schweigen nehmen wir nicht, ne? Das reicht, dachte ich. Ja, da hast du falsch gedacht. So ein Twitch-Streamer da muss man schon, da muss man schon. Die Hauptarbeit machst du, wenn du nicht streamst. Ja, ist so. Was geht bei der Woche? Jetzt haben wir Tino erfolgreich aus dem Game rausgeekelt hier. Arschloch. Arschloch. Ja, also wir geben der Woche es gab wieder schön mal so ein bisschen belanglose Scheiße über die man reden konnte, ne? Ach so, der Free ESC. Oh ja, der Free ESC, na klar. Ich hab den gesehen. Und, wie fandst du, wer für Deutschen angetreten ist? Helge Schneider, meinst du? Ja. Großartig. Er war für mich der Star des Abends. Alter, ich möchte an dieser Stelle aus meiner Perspektive erzählen, wo wir gerade von Streams reden. In Herodes letzten Stream, da ist der Helge Schneider Hass aus jeder Pore getriegt, jeder Pixel, jeder Pixel hat Helge Schneider Hass geschrieben. So, er hat nämlich eine Parodie eines Helge Schneider Songs gemacht. Dankeschön. Der Rest war lame vom Stream, aber das war ein Highlight. Es war richtig schön passive-aggressive. Hass du Helge Schneider? Ich hasse nicht die Person Helge Schneider, aber ich finde, dass er der unlustigste Comedian in dieser Größenordnung ist. Wow. Oh mein Gott. Was ein Zerwürfnis sich hier auftut. Ich verliere gerade jeglichen Respekt. Und ich bin so in der Mitte zwischen euch. Also, ich finde den weder super witzig noch super scheiße. Der hat Momente. Man kann sich unterhalten. Lustig reden und lustige Wörter sagen. Toll. Witz. Poante. Humor. Der macht Realsatire, ja. Der, als er auf Tour gegangen ist in dem einen Jahr und alle ihn gekannt haben als Komiker, hat er einfach mal zwei Stunden nur im Klavier gesessen und Jazz gespielt. Witzig! Total lustig! Die sind der Reihe nach gegangen, weil sie enttäuscht waren. Sie wollten ihn reden hören. Er hat nur Jazzmusik gemacht und als dann die Hälfte raus war, dann fing er erst an Witze zu machen. Das finde ich großartig. Sorry, aber das ist einfach nur nicht witzig. Das sehe ich ganz anders. Naja, also es ist ein bisschen Getrolle, was die Ärzte auch ja ganz gerne mal gemacht haben. Ja, aber es gibt Getrolle und Getrolle, was einfach nur nicht witzig ist. Ja, das stimmt. Das stimmt wiederum auch. Also, wenn die Ärzte halt ihr Publikum verarschen, ist es auch witzig. Wenn Helge Schneider einfach nur Jazz spielt, ist Jazz halt einfach immer noch nicht so geile Musik. gönnt euch mal von ihm Vogelhochzeit. Das ist mega lustig. Immer wenn jemand gesagt hat, hör dir dies und das von Helge Schneider anders genau den Humor war es genau nicht mein Humor. Das kann ich nicht nachvollziehen. Ich kann so viel verstehen, aber das geht, weiß nicht, das verstehe ich nicht. Also, ich habe mir den Shit nicht angeguckt. Mich interessiert es auch nicht. Aber ich finde Helge Schneider zum Beispiel, ich kenne den am meisten als Opa von Das kleine Arschloch und da finde ich, macht er gute Synchronsprecharbeit. Das wusste ich gar nicht. Gut. Schön. Der so tolle Songs, Käsebrot und Katzenklo. Katzenklo. Ich sage jetzt ganz oft ein witziges Wort. Fertig. Song. Also, Katzenklo ging mir halt richtig hart auf den Sack, weil das hat damals Opa Reiner andauernd gesungen und es war halt, als Kind fand ich das schon nicht witzig. Und wir wissen alle, was mit Opa Reiner passiert ist. Der hat seine gerechte Strafe bekommen. Der ist jetzt im Himmel. Mann, Mann, Mann. Oh Gott. Gott, ey. Opa Reiner, ich habe dich lieb. Er war einer der besten, ungelogen. Ja. Okay. Was geht mal der Woche jetzt? Wegen Helge Schneider minus fünf Punkte, würde ich sagen. Schon okay, schon okay. Die Show war ja nicht per se schlecht. Nö, schon eine annehmbare Zahl. Es ist ja alles noch ein bisschen ruhig wegen Corona. Die ganzen Bomben dieses Jahr warten noch auf uns. Jetzt kommt ja erst mal Sommerloch. Also, ja, wieder Größenordnung fünf, sechs, ne? Okay. Gehe ich. Ja, sechs würde ich sogar sagen. Also, ich bin bei maximal fünf tatsächlich. Okay. Ich würde eher sechs sagen, weil mir fällt ja ein, Leon hat das ewig verschollene Video hochgeladen. Ja, ja. Tansi ist wieder in, hatten wir das letzte Woche oder war das diese Woche, dass er wieder in Deutschland ist? Ich glaube, das kam diese Woche. Hatten wir schon. Hatten wir schon. Ja? Okay. Und zählt das nicht? Ist mir auch ehrlich gesagt egal. Wie? Nee, dann mach mal, mach mal, also ich würde sechs sagen, wenn Tino... Nee, mach mal fünf, fünf, komm. Fünf, fünf? Okay. Danke. Schön. Und wir haben wieder überzogen. Der Brennpunkt der halben Zahl, also 69,5. Ich möchte einen Kommentar ansprechen, der gebeten hat, dass wir jetzt immer überziehen, weil wir sind nicht an Radiozeiten gebunden. Ja, aber auf zwei Stunden würde ich es auch nicht strecken. Wir sind ja hier immer so richtig poppig und peppig, ne? Eine Stunde finde ich auch einfach ein guter Zeitraum, so. Egal. Besser als Zeit finde ich noch Musik. Musik höre ich gerade. Oh, ist das laut. Scheiße. Alter, ist das richtig laut. Und ich gehe jetzt Helge Steiner gucken und lache mich tot. Ich hoffe, du bleibst tot, Junge. Lachst du dich nicht mehr lebendig, ne? Auf Wiedersehen. Dann kommt nämlich verdummt fast jetzt jeden Sonntag, wenn Tino endlich tot ist. Tschüss. Ich überlebe euch alles. Also, ich muss noch anweichen. Musik Musik Ich überlebe euch alles.